Und unsere diese, diese und deren Sparsamkeit ihr uns beneidet. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch Amerikaner. Ihr lehrt kümmerlich mit Klonachsen und den Meistern. Euer Volk und Daten wären die Chinesen und Deutsche hoffnungsvolle Toren. Reicht nur mit Güte. Ich bin ja heute Abend hierhergekommen und aufgefordert worden, zu IMAGE von AUW, wie wir uns jetzt nennen, zu verbessern. Und ich habe euch etwas mitgebracht. Das modernste, das sauberste, was VAUW, zu bieten hat. Aber da mich überhaupt so keiner mehr was glaubt, habe ich mir Verstärkung mitgebracht. Das Schönste, das Größte für die Ohren, für deutsche Ohren, was es überhaupt gibt in unserem Land. Die Reinheit, die alles verkaufen kann. Ihr werdet es nicht bereuen. Und sie war noch nie hier im Lindesaal. Aber heute ist sie da. Unsere Helene Fischer, begrüßt sie mit mir. Und sie war noch nie hier im Lindesaal. 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 Helene, da bist du ja! Und das war eine Warnung für Helene Müller! Herzlichen Dank für den freundlichen Empfang und den warmen Einer! Ich bin ja so glücklich, dass es mir mein Management ermöglicht hat, heute Abend hier im heilklimatischen Kurort Finsterberg und von Weihl und auf den Brettern, die die Welt bedeuten, hier im Lindesaal ganz was Besonderes präsentieren zu dürfen, nämlich den neuen Aurigern. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Helene, Helene, sage uns doch bitte jetzt ein paar Vorzüge dieses vorzüglichen Baragentums. Der ganze Abend würde nicht ausreichen, wenn ich alle Highlights präsentieren wollte. Aber ganz kurz geflucht. Feinstaubfreier, geländegängiger Zweihufantrieber, Gluten, Laktose und funktosearmer Veganen. Ja, die Einhand-Wählenes-Anlösser. Kurz und gut, das grüne Gewissen von AUB. Die Antwort Deutschlands auf der Rahmen. Ich darf Ihnen den neuesten Wellnessvorschlag von AUB präsentieren. Das Allerneuste, was es im Automobilbau gibt. Für alle Fahrer, die lange Strecken zurücklegen müssen. Zur Entlastung des Kreuzes, zur Stärkung der Oberschenkelmuskulatur und der Unterarmmuskulatur. Man steckt dieses Kürbchen hier vorne hin rein und dann geht's los. ... ... ... ... ... Da kann ich dir helfen, mein Lieber. Ich weiß genau Bescheid, wie man mit solchen Wagen umgeht. Du bist ein Elber-Engel, du kommst hoch, komm an der Stimme! Er wird sein Stapfen! Verliebende Leben in der Stadt! Deutsche Ingenieurleistung! Heuvergaser! Und grünen Wiesen auf der Alm! Umweltfreundlich! Da warst du kein Geld mehr, aber Heu muss da! Untertitelung?